Du kennst vielleicht mein Video zu den drei essentiellen Übungen, die jeder Mensch über 50 machen sollte. Die großen drei Übungen. Heute geht es vor allem um die Übungen, die du machen solltest, wenn du über 60 bist. Auf diese Weise sind deine Gelenke geschützt und du erreichst die perfekte Balance aus, Kräftigung, Dehnen und sicher auf dem Bein zu sein. Lass uns mal direkt anfangen. Was man verstehen muss, einer der größten Sorgen von meinem Patienten ist häufig, ab einem bestimmten Alter, dass sie sich ein bisschen wackelig auf dem Bein fühlen. Ich fühle mich nicht richtig sicher in der Situation gerade. Um das zu trainieren, ist es eigentlich ganz einfach zu Hause. Wichtig ist jedoch, dass du etwas hast, um dich festzuhalten. Halt dich erst einmal fest und du kennst mit Sicherheit den Einbeinstand. Dass du dich hinstellst, das eine Bein hoch in die Luft und dann erstmal nur stehen. So, das kann jetzt schon einfach oder schwer sein, je nachdem. Deswegen auch was zum Festhalten dazu. Wenn du dich nicht sicher fühlst, halte dich definitiv fest. Wenn du dich sicher fühlst und sagst, ach, das geht ja eigentlich gut. Dann nimmst du erstmal die Hand drüber und lässt sie immer drüber schweben. Notfalls kannst du dich immer noch festhalten. Ansonsten, wenn du sagst, ach, du, das ist gar kein Problem für mich. Ich kann das halten, ich kann stehen. Dann ist das schon mal super. Jetzt wollen wir allerdings noch einen Sinn dazu ausschalten. Und zwar die Augen. Wenn du nämlich jetzt die Augen schließt dazu, merkst du, es wird viel, viel, viel schwieriger. Deswegen die Hand drüber schweben lassen. Die Augen schließen und versuchen 10 Sekunden auf dem Bein zu bleiben. Probiere es aus. Wenn du die Augen dazu schließt, das braucht schon ein bisschen mehr Übung dazu. Wenn du dann merkst, ach, das geht jetzt eigentlich auch schon gut, dann kannst du das Bein dazu auch noch bewegen. Also, Schritt 1. Erstmal mit Augen offen. Hand drüber schweben lassen. Versuchen stehen zu bleiben. Schritt 2. Augen schließen. Wenn das auch geht, okay, so nach 10, 20 Sekunden, dann ist das schon mal super. Schritt 3. Dazu auch noch bewegen. Und dann merkst du auf einmal, oha. Weil hier hast du viele verschiedene Sinne, die gleichzeitig angesprochen werden müssen. Ein wichtiger Punkt dazu ist natürlich die Sicherheit. Hab immer etwas, wo du dich festhalten kannst oder jemand anderes, der dazu noch mit dir das gemeinsam machen kann. Trainieren ist wichtig, gar keine Frage. Sicheres Trainieren ist noch viel, viel wichtiger. Also, übe dein Gleichgewicht. Gleichgewicht ab 60 ist immens wichtig und muss trainiert werden. Als zweites müssen wir die Kraft natürlich trainieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Beinkraft erhalten bleibt. Wie du hier auch einmal sehen kannst. Die Beinkraft oder allgemein die Muskulatur nimmt einfach über den Zeitraum ab. Wie man das machen kann, ist eigentlich ganz einfach. Auch hier, nimm wieder was zum Festhalten und stell dich mit einem Bein nach vorne hin und das andere Bein nach hinten. Du kennst mit Sicherheit, wenn du schon viel länger verfolgst, den Ausfallschritt. Einer meiner Lieblingsübungen. Nach einer Operation beispielsweise oder auch nur, um die Beinmuskulatur zu trainieren. Nimm erstmal was zum Festhalten, falls du dich unsicher fühlst. Und knicke jetzt das hintere Bein ab. Gehe runter dabei. Nicht bis du auf den Boden kommst, sondern so gut wie du runter kommst dabei. Wenn du richtig gut bist, natürlich bis zum Boden einmal. Und wieder nach oben. Wie du siehst, und vielleicht kommt dir das auch schon bekannt vor, ist das auch die Bewegung, wenn man aufstehen möchte. Wenn man hier was auf den Boden gemacht hat und wieder hochkommen möchte, das ist diese Bewegung. Wir brauchen diese Beinmuskulatur dabei. Und diese können wir natürlich dabei ideal trainieren. Lass dabei die Hände wieder über den Stuhl schweben. Das gegebenenfalls kannst du dich immer noch festhalten. Und das machst du natürlich mit beiden Seiten. Auch hier, achte wieder dabei darauf, dass du es sauber machst. Dass du langsam kontrolliert bist. Und falls du dich nicht sicher fühlst, gar kein Problem. Hol dir wieder jemanden dazu oder halte dich wieder dabei fest. Und probiere diese Übung aus. Ich versichere dir, wenn du sie machst, sie ist anstrengend. Zehnmal pro Seite reicht vollkommen hintereinander. Und die nächste Technik ist hervorragend. Sie ist hervorragend, weil sie den gesamten Körper aufdehnt. Einmal von der untersten Muskelkette bis hin zu den Schultern ganz nach oben. Und sie ist super leicht umzusetzen. Dafür entweder auf dem Boden oder auch gegebenenfalls im Bett geht das auch. Ich mache sie selber auch sehr gerne tatsächlich. Gerade wenn man lange mal gesessen hat und man hat das Gefühl, ich fühle mich einfach steif. Ich habe das Gefühl, ich bin vom gesamten Körper einfach mal steif und ich muss mich mal richtig aufdehnen. Dafür sind passive Dehnungen tatsächlich sogar ziemlich gut. Weil sie lange Zeit gehalten werden können, ohne dass es besonders anstrengend ist. Und manchmal braucht man das einfach. Lege dich auf die Seite dafür. Du kannst dir ein Kopfkissen da drunter legen. Und fang erstmal auf der Seite an. Beine winkelst du an. Legst den einen Arm nach vorne hin aus. Und es geht jetzt um den oberen Arm. In meinem Fall jetzt den linken Arm. Kannst du natürlich auch mit dem rechten Arm machen. Dann natürlich alles gespiegelt. Und jetzt nimmst du mal den Arm. Hältst ihn nach oben hin. Und lässt ihn mal ganz langsam zur Seite rüberfallen. So weit wie du rüberkommst. Irgendwann wirst du merken, dass Stopp ist. Entweder von der Wirbelsäule. Oder wenn du richtig gut bist. Vom Boden. Und dann versuchst du deine Schulter auf der anderen Seite abzulegen. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt eine einfache Drehdehnlagerung. Wenn du es jetzt mit beiden Beinen angewinkelt machst. Ist das die einfache Variante. Sie ist trotzdem aber super angenehm. Sie fühlt sich gut an. Dein gesamter Körper wird einmal in die Länge gezogen. Du hast jetzt zum Anfang eine Dehnung erstmal in der Brustmuskulatur. Dann über die Wirbelsäule. In der unteren Wirbelsäule. Bis hin in den Beinen. Das ist eine wunderbare Oberkörperdehnung. Und das kannst du natürlich dann auch zur anderen Seite machen. Indem du einfach die Seite wechselst. Es ist wirklich super einfach und angenehm. Eine Dehnung sollte man mindestens immer 30, eher 90 Sekunden halten. Dadurch, dass das hier eine passive Dehnung ist, kannst du es auch zwei Minuten machen. Ohne Probleme. Es ist ja wirklich was Angenehmes. Jetzt kommen wir noch zu der Steigerungsform dazu. Wenn du sagst einfach, das ist angenehm, aber es fordert mich nicht. Ich möchte gefordert werden. Nico, fordere mich mal. Dann legst du das rechte Bein jetzt mal gerade hin. Das linke Bein lässt du jetzt mal über das rechte Bein fallen. Das sieht dann so aus. So. Du kommst jetzt erstmal in dieser Position an. Hältst das erstmal. Also hast das eine Bein über das andere überschlagen. Jetzt legst du auch noch den rechten Arm geradeaus. Und genau wie eben gerade auch in der Drehdehnlagerung, nimmst du jetzt den linken Arm und legst ihn rüber. Und du wirst merken, oha, da hat sich was geändert. Jetzt ist nämlich nicht mehr nur das eine Oberkörperdehnung, sondern jetzt hast du auch noch das Gesäß mit drin. Jetzt hast du auch noch die Beinmuskulatur mit drin. Und das ist eine wunderbare Dehnenübung. Probiere es aus. Diese drei Techniken, sie sind einfach hervorragend, sie sind angenehm. Und ich möchte sie nicht mehr vermissen im eigenen Alltag. Probiere es gerne aus.